Ich bin Orthopäde. Lassen Sie mich mal machen. Ich habe Parieren gedrückt. Okay. Dass sich doch irgendjemand darüber aufregt, dass das Spiel für mich zu leicht ist, ja? Ja, 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 ja. Ich weiß, ich weiß. Ich kann das kombinieren. Ich kombiniere schon. Ich habe das Gewehr halt noch nicht mal. Ich brauche mal einen neueren Koffer. Aber den hatte er da noch nicht im Angebot, ne? Ja. Ich wollte halt einfach wirklich Nulette den Schatz hier einsammeln. Aber ich gucke noch mal, ob hier was ist, ne? War es das schon? Warum nicht noch mehr? Will ich in Lia? Schade. Arriba, Esther. Arriba, Esther. No, dieser ist Rock. Ja, es würde mich auch nerven. Noch mehr? Jetzt sei ruhig. Ich höre sie, aber ich höre sie nicht richtig. Oh. Verzogen. Oh, 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 was? Moment. Kann ich das... Ist das etwas, das ich mit einem Ei regeln? Nein, mit einem Ei regeln kann? Das kann ich vielleicht sogar mit zwei Eiern regeln. Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, der hinter mir lebt ja noch! Jetzt reicht's aber. Schieß doch! Tritt doch! Okay. Dann geh ich wenigstens raus hier. Ich treffe immer alles, nur nicht das. Oh, ich treffe... Ich schaff's immer nicht rechtzeitig. Ach, Mann, yes. Jetzt klingt das schon wieder so ein bisschen nach Dynamit. Wo ist denn die alte Pisswitsche? Da. Der Bruder ist aber neu. Rese 4, Leerzeichen 1. Für ein Ticket müsst ihr wenigstens Leerzeichen 1 schreiben. Tina, du Sprecher. Ja, ich schließe sie alle. Ich pieg sie alle an. Also, der Ticket muss den Command dafür nochmal anpassen. Ein kleiner Schlüssel. Was mache ich denn mit einem kleinen Schlüssel? Hi. Starker Wurmbefall hat leider kein gutes Ende genommen. Ich hab die Alerts eigentlich ausgemacht. So, ich weiß, die sind da noch. Die warten auf mich. Ob ich Stream Elements offen habe? Das ist absolut richtig. Ich hab den Tab nicht gemutet. Ich hab's nicht gesehen. Ich kann aber nicht verstehen, dass das Messer das alles schafft und alles andere nicht. Erste-Hilfe-Spray habe ich übersehen. Vertiefung. Fabrik. Überall noch Schätze. Ich muss gucken, dass ich da noch Backtracking mache. IT, das stimmt halt nicht. Mit Ausrufezeichen Resi4 sind sie nicht im Gewürfel dabei, sondern mit Ausrufezeichen Resi4 Leerzeichen 1 oder mehr Tickets, wenn ihr mögt. Einfach nur Ausrufezeichen Resi4 reicht nicht. Ihr müsst die Anzahl der Tickets dazu schreiben. Ich bin nicht so ganz konzentriert, weil das heute alles nicht so rund läuft im Chat. So, komm her. Alter. Ich bin so schnell nicht auf dieser verdammten Taste. Shit. Man duckt sich und das ist alles, ja? Ja. Ich mag das. Was macht das? Irgendwo hier meckern sie noch. Aber wo? Da oben. Wie komme ich da denn hin? Komme ich da hin? Dome jod'a. Dome jod'a. Was? Ach, wisst ihr was? Ich lasse euch einfach rankommen. Komm, Entchen, 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 kommt. Seid mal motiviert, kommt mal hier rüber. Da komme ich wahrscheinlich gar nicht rum, oder? Spawn die hier unendlich oder habe ich die irgendwann auch fertig? Oh, warte. Jetzt habe ich mich erschreckt. Ich bin doch dran gestorben. Okay. Ich dachte, ich muss noch mal schießen, weil ja so ein Vieh aus dem Kopf kam. Und boom. Boom, 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 boom. Da, 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 da. Bin ich schon mal gewesen? Da, 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 da. Okay. Jetzt bin ich wieder hier. Ich gehe nochmal kurz zurück. Gehe ich da zurück oder gehe ich da weiter? Karte. Jetzt würde ich... Kam ich von da oder kam ich von hier? Ich glaube, irgendwo noch ein Erste-Hilfe-Spring wird mir ja angezeigt. Hütte oder da oben? Ich glaube, die Hütte. Nicht richtig? Ich bin theoretisch richtig. Hier in den Schubfächern? Nee. Da. Steht da einfach so. Eigentlich muss ich die auch als erstes wegmachen hier. Weil die meine Gesundheit auch gleich noch verbessern. Ich extra von jetzt einfach mal eins. Trischig. Ja, wir sammeln das jetzt erst mal so weiter, würde ich sagen. Ja, ja. Ich schaue einfach Karte zwischendurch. Mach ich. No problemo. Trotzdem die Frage. Ist das der Händler, bei dem ich eben schon gewesen bin? Verlassene Fabrik. Ich glaube, ja. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube... War ich nicht von weiter oben? Ich weiß jetzt, was ihr meint mit dem Plus Eins. Eine Kugel im Lauf, zehn im Magazin. Kam ich von hier? Ja. Oh Gott. Orientierung einer Duftkerze. Ich habe da was, das könnte dich willkommen. Ich habe was Neues für dich, Partner. Oh, das ist echt neu. Ich garantiere dir, du wirst deine Investition nicht bereuen. Koffererweiterung. Ein bisschen mehr Platz hat noch niemanden geschadet. Genau die richtige Größe für dich. Holzenwerfer, was machen die denn? Meine Waren sind in einem Top-Zustand. Das versichere ich. Den kenne ich gar nicht. Gab es den früher schon? Oh. Der überzeugt mich nicht. Ich habe keinen Platz. Ich muss Platz machen. Da habe ich keinen Platz. Passt das Gewehr nicht hier rein? Na dann, komm. Ich muss erst mal Platz machen, glaube ich jetzt. Machen wir mal Platz und hoffen, dass es dann... Nein, das ist dann reicht. Nein, das ist dann, glaube ich. Nein, das ist dann, glaube ich. Okay. Munition. Wir stellen gleich noch welche her. Dafür brauche ich zwölf. Dafür brauche ich fünf. Werde ich wahrscheinlich später nochmal... Ah, nee, siehst du, für Gewehr brauchen wir eh was anderes. Also können wir das jetzt einfach hier rein investieren. Und dann ist gut. Es müsste doch dann genug Platz... Kannst du da einfach hochgehen? Und wenn ich jetzt nicht genug Platz habe, dann weiß ich ja auch nicht hier. Dankeschön. Ähm... Tunen. Deine Waffen sind in guten Händen, Partner. Keine Sorge. Angenehme Reise. Jetzt verstehe ich, warum ich für dich so wenig Platz habe. Kann ich das nicht draufpacken? Jetzt ist es drauf. Ach Gott, diese Unordnung. Ich raste aus. Da sitzt eine Katze von meiner Tür. Was kann ich mit denen machen? Klinge bricht leicht. Kann ich die nicht eigentlich auch vorher benutzen? Ich muss mal ganz kurz gucken. Kann ich die nicht auf Schnellwahl legen? Dann... Wollt ihr denn die jetzt hingepackt? Moment. Schnellzugriff. Ach, das ist gar nicht auf Schnellzugriff. Der hat es jetzt automatisch gemacht. Ah, ja. Ja, ihr merkt, ich muss das erstmal alles herausfinden. Und den kann ich jetzt verkaufen, ne? Dieser Spinner. Okay. Tauschen. Ja, mit der Punisher weiß ich noch nicht. Ich gucke erstmal, was da später noch kommt. Laservisier finde ich gut. Kann aber auf beide Waffen draufgeballert werden. Ist nicht der Plan. Und dann mache ich einfach so. Stehe. Okay, ähm... Da brauche ich diesen Vogel für. Gab es den Vogel hier? Ich habe den da irgendwo gesehen. Ich glaube, ich muss den da holen. Ähm, das Munition herstellen, denke ich, ist neu. Ja. Aber das gab es ja in den neueren Resident Evil Teilen auch. Und das wäre Quatsch gewesen, das nicht mit reinzunehmen. Hier war irgendwo so ein Rad. Ich glaube, da oben. Da müssen wir, glaube ich, hin. Oh, warte. Dann muss ich aber hier runter. Kurz verlaufen. Kann ich das hier rausnehmen? Ja. Hier runter hüpfen können eigentlich? Ja. Hätte ich vorhin schon mitnehmen können. Da war ich allerdings ein bisschen in Panik und war mir nicht so sicher. Ach, du hast ihn. Du hast ihn großer Kuss für deinen Einsatz. Tja. Ach so. Ach so. Ach so. Ich war kurz irritiert. Aber jetzt habe ich es. Perfekt IT. Das ist perfekt. Genau diese Ankündigung kannst du ruhig zwischen dich raushauen. Dankeschön, ihr Liebis. Vielen lieben Dank. Ich habe nichts gesehen. Ich habe nichts gesehen. Jetzt habe ich das Küchenmesser drin. Ich schone jetzt mein Jagdmesser. Jetzt habe ich das verstanden. Ich schone jetzt mein Jagdmesser. mit dem ich die Küchenmesser mit dem ich die Küchenmesser... Oh. Wilde. Nicht schlecht, huh? Nee, ich bin super. Ich bin voll krass. Oh, Fie. Kürbispommes. Ui. Nein! Oh, ich dachte, er rennt jetzt da wieder rein. Ich bin leider alle, die so schnell sind, dass sie beide Raben erwischen. So, ich will jetzt auch ein bisschen hier Fortschritt progerieren. Deswegen versuche ich mich nicht länger als nötig aufzuhalten. Und ich bleibe dabei, die Frau am Anfang war Ashley. Ein Mini-Salazar, kann ich den messern? Ja. Ja, Revoluzzer. Wuh! Ist keine Bärenfalle. Nur Dreck. Ihr Einfluss ist nicht mehr, was einmal war. Zerstört die Aufziehfiguren. Diese Aristokraten verdienen keine Vergebung. Gar kein Problem. Mach ich gerne. Ja. So, jetzt haben wir auf jeden Fall erstmal genug Munition. Es sieht halt so gut aus. Also, falls ich Resident Evil nach diesem Stil... Das ist dem so egal gerade. Okay. 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 Sorry, keine Absicht. Spürst du das überhaupt? Ich habe L1 gedrückt! Oh, L1, nicht R1. Okay, nächstes Mal, nächstes Mal. Das habe ich die ganze Zeit falsch gemacht. Ich habe über R1 gedrückt und mich gewundert. Und mich dann gewundert, wieso der nicht pariert, weil es L1 ist. Ich bin der größte Vollidiot, weil ich nicht links von rechts unterscheiden kann, weil ich L und R nicht lesen kann. Da brauche ich mich nicht wundern. Aber jetzt wissen wir es. L1 ist parieren. Cool. Ich esse das letzte Ei, dann ist es weg. Und der hat automatisch das Messer ausgetauscht. Das finde ich gut. Sieht halt aus. GG, ja. Dankeschön. Mein ist so supportive. Ihr seht ja, ich reg mich ja trotzdem noch reichlich auf bei den Kämpfen. Ihr werdet eure Tode von mir noch kriegen. Versprochen. Ich lasse mir was einfallen, ja? Ich lasse mir was einfallen. Wollen wir doch noch die letzten beiden Ocha-Ocha-Pakete aushauen? Ach, warte, warte. Wir haben jetzt ein schlechtes Gewissen wegen euren Kanalpunkten. Das ist da, wo der Daumen rechts ist. Wann wird das erste Giveaway ausgelöst? Wir haben es jetzt halb... Ach, seit wann spiele ich? Seit wann spiele ich Resident Evil? Oh, schon wieder? Dann könnten wir das erste Mal Resident Evil gleich auslösen. Hier piept es wohl, Hallöchen Elfchen. So cool gemacht. Ich würdige die Details viel zu wenig. Ich find das so nice hier alles. Kann ich da weitergehen? Kann nur einmal verwendet werden. Dann ist der wahrscheinlich wie die Kommoden. Ich glaub, der wird nicht passen, oder? Ne. Ich hab mir gedacht, der ist wie die Kommoden. Ich glaube, der war es gut. Also bin ich. So, ich höre jetzt. Ich trage die Kommoden. Untertitelung des ZDF, 2020